Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblech Kutscher Garage. Ja, ihr seht schon, wir sind hier nicht in der heimischen Garage, sondern heute geht es von ganz woanders hin. Ja, und wohin uns der Außeneinsatz heute führt, verraten wir euch dann gleich. Genau, wir sind jetzt bei GP Power angekommen, reden jetzt gerade mit Walter noch über was zu tun ist. Und ja, da seid ihr jetzt einfach mal live dabei. Na ja, das Ganze ist ein ganz sauberer Umbau, das Ganze. Schaut ja vernünftig aus. Frage an dich, da ist jetzt eine 80er Riemenscheibe drauf. Ist das zu klein? Na ja, was wollt ihr an Leistung fahren? Ja, es... Was war das? C30? C30-94, genau, Stage 1 Kit. Was ist das Leistungsziel für euch? So, dass es stabil ist, sagen wir es mal so. Also es geht jetzt nicht um das letzte Quäntchen an Leistung, sondern so, dass man sagt, jawohl, das ist stabil, farber. Ja, man kann schon 85er drauf machen, aber das schaut doch nach 85 aus. Also, wo ich es gemessen habe, waren es 80er. Ob es jetzt 80er oder 85er sind, weiß ich nicht, ob das noch so viel ausmacht am Ende. Ja, wir haben es nächstes Jahr. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, ich kann schon ein 85er-Pulli drauf machen, dann hat er halt ein bisschen weniger Leistung. Denken wir so 360, 370 PS, wenn er hat. Mhm. Ja. Der Motor ist komplett Serie. Also vom Nackenwillen? Der Motor ist Serie, wir haben Bleulagerschalen gemacht, bevor wir ihn damals da eingesetzt haben, weil es war, wie gesagt, eine 520er Automatik. Aber jetzt ist es eine 525er? Jetzt ist es eine 525er, M50 B25, genau. Und wie gesagt, eben die andere Zylinderkopfdichtung, Stehbolzen und sonst ist Serie. Technisch kannst du mit dem Ding schon mit dem 80er-Pulli fahren. Was war es denn mit dem Auto? Straße? Ganz normal, die Straße, also kein Track, gar nichts. Ja, das hat es theoretisch. Ich habe Schoels 80er droben lassen. Du hast halt, keine Ahnung, im Gegensatz zum 85er sind es meistens so 20 PS mehr. Echt so viel? Ja, das merkst du. Boah. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Nein, also wie gesagt, es ist, wenn da nur sportlich, Landstraße oder mal Kurven oder so, aber kein Track und kein... Ja. Ja, Abgasanlage hast du gesagt, wir machen ab Krümmer, oder? Genau, ab Krümmer. Immer aus dem Schmiedmann drinnen sehe ich gerade. Genau, ja, da liegt das Gutachten auf der Beifahrerseite. Da quasi zwei 200 Ziller Metallkatz reinmachen. Genau. Und halt dann Edelstahlenschalldämpfer und Rohrverlauf nochmal dann zweimal 55. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, so weit oben wie möglich. Ja, ja. Weil das ist leider ekelhaft. Ist es ein Gewindefahrwerk? Ist es ein Gewindefahrwerk? Ist es ein Gewindefahrwerk? Kausport, genau. Kausport, genau. Vorne ist er, misst er genau auf der Höhe sein, wie es Eiterung ist. Hinten ist er sogar höher, wie Eiterung ist. Also sollte sich normalerweise nichts fehlen. Und dann hoffe ich einfach, dass ich von dir keinen Anruf kriege, dass ich Prüfstand putzen muss. Normalerweise. Wenn es jetzt sauber alles zusammen war, dann fehlt sich da nichts. Ja. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Haben auch geschaut, dass man es durchdacht macht. Na gut, du bist jetzt eh schon. Und was willst du gefahren? Sei da? Ja, ich glaube in Summe sind es jetzt 500 Kilometer immer Piano und da hingerollt. Und so hat auch toll, toll, toll. Alles funktioniert, alles gehalten. Und da Leute und Kundschaften, die fahren schon über 100.000 Kilometer mit seinem Kompressor. Geht spazieren. Das läuft eigentlich ganz entspannt, das Ganze. Der Einbau hier hat super funktioniert, oder? Hat super funktioniert. Am Anfang haben wir gemeint, okay, wir machen es mit Schälen und Bögen und sowas. Und dann haben wir doch irgendwann umgeschwenkt auf, okay, wir schweißen das meiste, weil sonst kommst du aus den Schälen nicht mehr raus. Und du siehst, der Ladeluftkühler ist genau mittig hinter der Schürze. Ich weiß noch, was habt ihr jetzt da für den Ladeluftkühler drinnen? Der, der bei dir im Kit dabei war, der, wo die Eingänge mittig hat. Der ist so hoch, bissl dickerer. Das ist der 90er. Ihr habt ja kein Klima. Klima beim E34 wird es dann eng. Ja, das glaube ich. Kompressorölkühler ist drin, der ist oben hinter der Nieren. Ist beim Stage 1 Kit ja inzwischen nimmer dabei. Nein, hat alles rausgestrichen. Aber ich habe mir gedacht, das werden sie nicht ohne Grund irgendwann mal dabei gehabt haben. Wird es auch schon teurer geworden in die Lade. Das glaube ich. Zum Jahreswechsel sind es fast 200 Euro teurer geworden. Wahnsinn. Ja, siehst du, der E-Lüfter ist verbaut. Der geht aber über den Schalter? Der geht über den Schalter, über den Thermoschalter. Also wenn er anläuft, läuft er sofort Vollgas mit. Genau, so eine Sachs-Performance-Kupplung, die so 400 Newtonmeter aushalten sollte oder sowas. Ja gut, beim Kompressor, das würde auf jeden Fall reichen. Ja. Kompressor hast du nicht so die Drehmomentquench. Ja, genau. Da geht das dann auf jeden Fall. Das ist ein 3,0 Simmer Tiff mit 35 Prozent drin. Ja gut, wir haben natürlich, wo wir das alles einbaut haben und auch schon damals, wo wir den Motor einbaut haben, viel überholt. Unterdruckschläuche, da das Rückschlagventil und alles so. Was du halt mal in der Hand hast, haben wir eigentlich reingemacht, damit es nicht alles wieder 15 Mal anklangen muss. Endrore hast du gesagt, willst du wieder die Variante halten? Ja, hätte ich jetzt. So ein 34,5-Style. Genau. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Weil das ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir kurz überlegt, ob man… Endrore, willst du die wieder so hoch haben oder willst du die ein bisschen, dass die quasi mittiger drin sitzen? Dass mittiger drin sind. Das ist jetzt, ist jetzt unter anderem mal, weil der eine Auspuff heute eben fällt. Okay. Darum… Ein bisschen weiter runter, dass er ein bisschen mittiger drin sitzt. Genau, dass er ein bisschen mittig drin sitzt. Der Koffer am Deckel, der ist ja… Sehr selten gewesen. Ja, brutal. Den habe ich… Der war eine Zeit lang sehr begehrt, die sind recht teuer, gell? Ja, du, ich habe den tatsächlich damals durch Zufall bei Kleinanzeigen in Österreich gefunden. Der war nie verbaut und da war aber kein Emblem drin. Also habe ich von einer Z3 Coupé Heckklappe das Blechstück rausschneiden lassen und wirklich das komplette Blechstück da einsetzen lassen, dass ich ein vernünftiges Emblem habe. Schau, früher hat man gecleamt, gell? Wahnsinn. Und heutzutage denkst du, ah, unbedingt Emblem. Ja, die Zeit kennen oder wo ich 18 war, da habe ich die Embleme und so immer entfernt, habe mir alles gecleamt, Türschlösser weg und so. Drei Kilo Spachtel später. Ja, das ist ungefähr. Ja gut, wir haben es nicht gespachtelt. Ihr habt es verzehnt wahrscheinlich, oder? Ja, wir haben immer Bleche eingeschweißt und dann Rest 10. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Das gespachtelte, das hat… Ja, das war furchtbar, das hat es… Genau, kannst du sowas wie Flatshift und Lounge separat auf einen eigenen Ausgang legen? Ne, ich kann dir das auf einen Kupplungsschalter legen. Okay. Und du kannst, man kann das ja so machen, warte mal, man kann das ja so machen, dass das quasi ein- und ausschaltbar ist. Ja, genau. Also, wir möchten den Klimaschalter recyceln, mit der Heizung, kannst du ja sauber durchschalten. Ja. Weil die KDFI hat ja noch genug Eingänge für sowas? Das kann ich schon machen, ja. Okay. Genau. Weil das ist… Mei, das werde ich wahrscheinlich sowieso nicht wirklich in exzessiv verwenden, aber bevor ich dann irgendwann nochmal herkomme, weil ich sage, ja, das hätte ich jetzt doch gern… der Rest am Auto ist selbst erklärt. Den Deckel habt ihr euch selber gemacht, oder was? Ja. Ja. Ist ausgefräst. Haben wir mal geschaut, wie Alpina das macht und haben wir ein wenig gespickt. Ja. Warum nicht? Das ist doch nicht der selbe Tisch. Der ist ausgefräst und von hinten dann praktisch reingelebt. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, und die war… Ja, und die war… April 91. Ja, hat jetzt… 139.000 hat er jetzt drauf. Ja, bestimmt nicht. Ja, weil das aber auch ein Zubehörverflügel ist. Zubehörverflügel, okay. Da war ich damals leider so blöd und hab mir gedacht, ja, ja, da kriegst du eh was Gescheites. Ist den neu lackiert, oder was, das Auto? Ja, stellenweise, weil der hat natürlich keine M-Schützen gehabt und sowas und Türen waren durch und so, aber Motorhaube und Dach ist noch original und die Türen oben rum zumindest noch. Genau, brauchst du für den Prüfstand einen Sommerreifen, weil es sind jetzt Winterreifen drauf. Weil das habe ich mich tatsächlich nicht getraut bei dem Wetter. Was haben wir denn für die Zulassung? Ja, 2,40. Das ist ein V-Index, ja. Das ist lang. Ah ja, gut. So viele Läufe musst du da gar nicht machen, weil da habe ich so viele Datenstände, beziehungsweise das läuft ja jetzt schon gut. Ich muss da halt noch maximal, sag ich mal so 5 Läufe oder was machen, dann ist das effektiv. Ach, das geht ja eh, ja. Dann ein bissel in Teillastraum duckeln, dass es halt da perfekt läuft. Ja, genau. Das ist das, was du halt jetzt gemerkt hast. Nein, das Teillast oder mal kurz Wechsel in den Schubbetrieb oder so. Ja, das musst du natürlich immer anpassen, genauso wie Kalt statt Leerlauf und so und so. Nein, aber so ist es eh schon dafür, dass du mal schnell, ob du dich eher was draufspielst, läuft das eh schon. Also ich würde sagen besser als mit einem Seriensteuergerät. Ja, das läuft jetzt dann perfekt. Wenn das jetzt fertig ist, läuft das wirklich picobello sauber. Thema UAB. Genau, was würde ich gerade sagen. Statt KDFI. Ja, da bin ich jetzt dabei. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Teststeuergerät gekriegt zum Testen, das Neue. Aber ich bin, man sieht es ja. Etwas beschäftigt, ja. Und drinnen ist auch alles voll mit Umbauten und Motor und bla bla bla. Ich schaue, dass ich jetzt nicht irgendwann demnächst dazukomme, dass ich das ganze testen tue. Also ist es nur, weil man mal sagt, hey, irgendwann mal upgraden vielleicht oder so. Ja, auf jeden Fall ein Feedback dazu geben. Vorteil ist halt gerade für die Turbofahrer und so, dass halt die auch Abgas-Temperatur-Eingang Überwachung hat. Und man kann halt Schutzabschaltungen machen, wie Öldruck, Benzindrucküberwachung, Klopfregelungen und halt mehr Ein-Ausgänge. Aber wie gesagt, das muss ich erst alles mal richtig gründlich testen, dass man dann sagen kann, das funktioniert oder passt auch perfekt. Und das läuft halt auch nicht mehr auf der Megasquid 2, sondern auf der MS3-Basis. Und da bist du dann voll sequenziell dann richtig unter. Genau. Weil jetzt halt war ja, mit Umbauten haben uns gedacht, okay, jetzt hängt irgendwie Hydro oder so. Genau, weil mit den Düsen klackert es schon ordentlich. Ja gut, die Düsen klackern danach auch. Ja. Ja? Hörst du das auch noch so deutlich? Ja, das hörst du auch noch. Aber wie gesagt, du zündest und spritzt halt voll sequenziell. Dann hat es auch eine SD-Karte, das heißt Speicherkarte. Ah, okay. Und du kannst mitlocken praktisch. Du brauchst keinen Datenblock, keinen Rechner mehr mitnehmen. Du haust deine USB-Karte hinten rein. Ah ja, genau. Rechner mit. Und dann kannst du halt wieder... Stichwort, du brauchst ja das Kabel. Das liegt einfach im Handschafach, aber das tue ich einfach gleich raus. Angestickt ist, ja. Wir haben es direkt durchverkabelt, weil wir gesagt haben, dann... Was drin ist, ist drin? Ja, ich hätte jetzt gesagt, wird zuerst Auspuff. Ja. Wenn der Auspuff drin ist, dann kann ich das schon so planen. Und dann schreibe ich mich halt an und dann... Ja, passt. Ja, passt. Bis dann! ett mal. denn, ich habe das Self Sometimes Ettlich, Es言った Apps指 pragmatte mal lustig! Und Sie suchen erst00. Bis zum nächsten Mal.